Herr Ulrich Luchlow und der Herrin haben sehr schön die Selbstwidersprüchlichkeit des kapitalistischen Verwertungsprozesses dargestellt. Nur mir ist eines wichtig, womit wir es heute zu tun haben, ist, dass der Kapitalismus nicht nur an seiner Selbstwidersprüchlichkeit sozusagen zur Grunde geht, sondern zum ersten Mal in der Geschichte steht er tatsächlich vor, von außen gesessen, externen Grenzen, die darin bestehen, dass die Erde an die Grenzen ihrer Tragfähigkeit gekommen ist. Und für meine Begriffe steht nicht nur der Kapitalismus mit seinem eingebauten Wachstumszwang zur Disposition, sondern ebenso sehr der Industrialismus. Das wäre mir sehr wichtig. Und ein zweites großes Statement, was die Alternativen betrifft, ich wundere mich noch sehr, warum es in diesem Plan so schwierig ist, das schlichte Wort Sozialismus in den Boden zu nehmen. Das ist doch die logische Konsequenz daraus, wenn ich in der Analyse heraus arbeite, dass das kapitalistische Konkurrenzverhältnis das Problem ist, dass die Alternative nur sein kann, dieses eben aufzunehmen und das was, wie und wie viel produziert wird, politisch auszuhandeln, anstatt es der Anarchie, der Profitinteressen zu überlassen. Vielen Dank. Ich würde an die Theologen aufkommen, der biblischen Trag ist mit der Propheten. Wir könnten sie hier nicht verstehen, sondern etwas langsamer und etwas weiter weg. Gut, na Nummer 8. Also, solidarisch, wie das jetzt noch so ist, richtig. Und, weiß nicht, wie das wirklich wird. Zwei Kritikpunkte und zwei Fragen, dann würde ich gut so. Einmal denke ich, hier ist Geld, wird es zwar gut, aber hier sind vor allem Personen, eine Gebänke und Spekulante. Wenn man die prophetische Tradition der Bibel entdeckt wird, werden Einzelpersonen zur Gruppe, zur Bekehrung gefordert, zu einer Struktur. Einige Fragen müssen wir als Kostenweite, obwohl das abstraktige Geld, was eine Industriktion hat, anzuklagen, ist meines Erachtens gar ein bisschen wenig. Zweiter Punkt, ich denke, jeder Wirtschaftsordnung hat eine globale Wirtschaftsordnung, sind gemischte Wirtschaftsordnung, sind keine Idealkapitalitäten, die sie lassen, um meiner Sicht in Gefahr stehen, den Kapitalismus darzustellen, das ist ein großes Ziel, das klingt, sondern es sind reale, sehr unterschiedliche Formen von Kapitalismus. Es gibt den Feuillal-Kapitalismus, das war heute noch in der Zeit der Amerika, war ein Teil der Rückenwelt. Es gibt den realen Industrialkapitalismus, es gibt den Finanzkapitalismus, über den wir hier besprochen haben. Das ist auch ein sehr, 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 sehr. Das ist auch ein großes Ziel, das ist auch ein taktisch, dass man einen ganz erheblichen Grenzen weisen kann. Da kann man ja eine Beklären, Frau Stadtführer, das ist ein bisschen nachweisend. Die Rolle. Und etwa, ja, heute im Tag der Arbeit, dann soll man doch bitte diskutieren, die Verwittung des Soldaten, die Namen des Bundesheims, über die Durchsetzung von qualifizierter Mittlerstückung, weltweit, über angemessene Medien, über Sozialstaatlichkeit, Das heißt, über mehr Sozialstaatvergleich, mehr Solidarität in einer gemischten Wirtschaftsordnung. Dann kommen wir weiter, wenn wir ganz global von Kapitalismus reden, aber eigentlich sind meine Sache, die uns reden müssen. Ein Bedenken und ein Appell an die wichtigen und auch produktiven Vordenker hätte ich. Unser oder zumindest mein Weg der Befreiung ist dieses unglaublich umwerfende, intensive Erfahren einer Befreiung in Gott. Das ist meine existenziale Umwälzung und das ist meine Befreiung, das ist der Grundzustand. Und alle Theorien und alle Begriffe müssen danach geprüft werden. Ob diese Voraussetzungen, dieses A und O und der Befreiung vorhanden sind. Fragt euch in eurem ganzen Fleiß, ich weiß wie müde die Theoriearbeit ist, und ich komme daher, aber fragt euch in eurer Theorielassigkeit, das ist Kritik, klar, wenn ich so sage, in eurer Kopflassigkeit, wobei euch diese Befreiung ansetzt. Das ist unser Weg, das ist der eigentliche Weg, den wir heute gegen Kapital und diese ganze Gewalttächtigkeit unserer Ökonomie brauchen. Arbeit ist sehr einseitig. Heiße, dreht Klinge, mach auch ein Wort. Arbeit ist sehr einseitig, ist den Wort, meine ich, als Ausfluss des Kapitalismus. Das stimmt aber nicht. Nicht ganz zumindest. Arbeit ist Selbstbewältigung des Menschen. Arbeit ist Mitarbeit an der Verwältigung der Schöpfung Gottes. In diesem Sinne müssen aber über Arbeit nachgedacht werden. Und in diesem Bau von Arbeit müssen wir in den Mittelpunkt gestellt werden. Nicht einfach, dass man sagt, der Kapitalismus ist die böse Arbeit. Und nicht hier, der böse Kapitalismus ist die Arbeit. Nein, Arbeit ist Sache des Menschen, weil er sich selbst verwendet und weil er Mitarbeiter an der Schöpfung Gottes ist. Wie das verwendet werden kann, das ist die Frage. Also, es gefällt mir, dass wir hier sind. Bitte ins Mikrofon sprechen. Ja, ich wollte zu dem Buch, was sagen Sie haben? Bitte ins Mikrofon sprechen. Sie haben das auch so unnöflicherweise nicht einfach akustisch. Das Buch, was Sie überprüfen haben, Sie haben einige Punkte aufgezählt, die ich jetzt nicht mehr wiederholen kann, weil ich es nicht mehr alle weiß. Aber mir fehlt da der Punkt der Schöpfungsbefahrung oder des Naturschutzes, um es säkular auszudrücken. Im Moment fahren die Landwirte mit Giftlast über die Felder und vergiften also wirklich alles Mögliche. Das Buch, was auch an den Bächern, nur weil Sie denken, Sie müssen Ihre Produktion steigern. Also, es ist ein weites Leben. In diesem Punkt der Reihe gehört unbedingt die Bewahren der Schöpfung mit dazu, weil es auch beim Konziliaren Prozess einer der wesentlichen, für mich wesentlichen Punkte ist. Ich habe mich gestern Abend sehr geärgert, als gefragt wurde, Sie sollten zum Abschluss die Referenten bilden, die Ihnen gekommen sind, uns mitgeben für diese Tage. Und Sie, Herr Buschko, haben das Bild gebracht, dass Sie in Kolumbien waren, 400 Kilometer von der nächsten Stadt in Frank, in Dichernis, eine Kommunität gesehen haben, die sich selbst organisiert, Gesundheit, Bildung, Ökonomie. Und das hat mich geärgert. Das ist ein Geduld. Sie sind dorthin geflogen in einem Flugzeug. Sie sind dort gelandet auf einem großen Flugplatz. Und um das zu verwirklichen, braucht man Millionen von Kapital. Das muss finanziert werden. Und wir leben in einem Ballungsraum und wir leben nicht wie irgendein Kilometer von einer Stadt entfernt. Herr Weißer hat das wunderbare Bild der Schweizer Berge jetzt klar gemacht. Er hat gesprochen von seinem Haus in den Bergen. Ich unterstelle jetzt, es ist das Zweithaus und es ist keine Hütte. Und es hat wahrscheinlich fließend Wasser und Elektrizität. Und um das herzustellen, brauche ich Kapital. Also dieses pauschale Kapitalbeding, die undifferenziert ist, kann ich nicht mittragen. Wir müssen sehr wohl sehen, der Verwendungszweck des Kapitals ist wichtig. Es ist eben angesprochen worden auch, wir müssen sehen, dass wir das ganz, sagen wir alles ankommen, und hier halte ich für ganz wichtig, das sind konkrete Maßnahmen, das stimme ich dem Paar Hengsbach zu, dass wir kaum da eigentlich Power machen müssen. Wir müssen uns einlassen auf Basis 2 und sagen, nicht höheres Eigenkapital reduzieren die Risiken, sondern wir müssen sagen, wir brauchen Verwendungsregeln für das Kapital. Die Banken sind notwendig, aber sie müssen mehr reguliert werden auf der Verwendungszweckung und vielleicht auch auf der Eigentümerzweckung. Genossenschaft ohne Produktivität kann ich mir nicht vorstellen. Vielen Dank. Mein Name ist Gerhard Heidenstein. Ich finde den Ausdruck gieriges Geld, ausgesprochen problematisch, nicht zu sagen irreführend. Und das Geld ist kein Subjekt, das gierig sein kann oder dienend, das herrschen kann. Mit dem ganzen Geldsystem, was wir ja genau analysiert haben, stecken immer Menschen, wo wir nicht nur Kapitaleigner und Manager und Politiker, die gierig sind, wo wir ganz gierig sind, sind wir selbst glücklich. Und das ist wichtig einzusehen für jede Transformationsstrategie. Immer dann, wenn man jetzt andere Menschen verantwortet und gewinnen will, muss man bedenken, dass wir unglaublich durch das kulturende System, von dem ich vorhin ja gesprochen habe, unglaublich tief geprägt sind, auf das Mehrheit und Wollen. Denn das geht mehr oder weniger für uns alle immer. Das heißt, wir tragen das System ideologisch. Und da kommt die Spiritualität ins Spiel, die uns ja in diesen Tagen beschäftigt. So, wie darf. Da geht es um Befreiung. Um Befreiung von diesem Mehrheit und Wollen. Und wenn wir das nicht persönlich und bei denen, die wir erreichen können, zum Thema machen, dann können wir nie wegkommen von dem System des Finanzkapitalismus, des Hauptkapitalismus. Ich muss aber kurz unterbrechen und eine organisatorische Frage klären. Es steht hier vorne noch vier Personen, die etwas sagen möchten. Und danach brauchen wir nochmal eine Möglichkeit, auf dem Podium zu reagieren. Also, selbst wenn wir es jetzt bei den fünf... Also, ich muss einfach wissen, wie wichtig ist es, dass wir Punkt 11 schließen. Wir haben Viertel nach neun erst Anfang angefangen. Können wir bis Viertel nach zehn machen? Dann können... Elf. Ja, Viertel nach elf. Oder ist es ganz entscheidend, dass wir um elf Uhr fertig sind? Brauchen Sie Signale? Nein. Okay. Gut. Okay. Also, aber dann trotzdem die Rednerliste hier vorne jetzt geschlossen. Die fünf, die noch da stehen, wieder bitte sich kurz zu fassen. Dann machen wir eine Schlussrunde. Danke. Mein Name ist Anton Kotzin. Gieriges Geld, gieriges Geld ist eine kühne Metapher. Es hat keinen Sinn, über Metaphern zu diskutieren. Dahinter steht natürlich der Mensch. Ich möchte zwei Fragen stellen. Also, ich bin auch etwas erstaunt, positiv im Sinne, über die doch sehr grundsätzliche Kapitalismus-Kritik. Was gebe Sie zur Antwort, wenn gesagt wird, 1989 ist der Kommunismus und damit auch der Marxismus zu Ende gegangen und wenn man ihn vorgibt, in einem veralteten Denksystem zu stecken, in dem zu sein. Also, ich teile diese Ansicht nicht, aber ich möchte das aus der konkreten Erfahrung heraus eben als Frage da hinstellen. Die zweite Frage ist, was ist Arbeit? Wir haben im Verlauf der Geschichte, haben wir den Arbeitsbegriff ständig verändert. Einmal war das einfach Davor, Arbeit der Sklaven. Dann hat man daraus mit der Zeit ein spirituelles Anliegen gemacht. Franz von Assisi hat von der Gnade der Arbeit gesprochen. Aber erst in der Moderne hat man die Verbindung hergestellt, dass Arbeit zum Wesen des Menschen hinzukommt. Und wir stehen heute, meine ich, vor der Aufgabe, den Begriff Arbeit wieder von Menschsein abzukotteln, beziehungsweise den Begriff neu zu definieren. Danke. Hans-Mihail Schof aus Baden-Württemberg, eine ganz einfache Frage vorneweg, dann kommt noch eine kurze. Alternative solidarische Wirtschaften gibt es, eine ähnliche Zielsetzung auch beim Weltmetros-Projekt. Gibt es Querverbindungen, gibt es persönliche Kontakte, eine Zusammenarbeit? Das war schon die ganze erste Frage. Zweitens, wir wissen alle, dass Sokrates mit seinem Optimismus gescheitert ist. Durch Selbsterkenntnis könnte der Mensch besser werden. Oder nehmen Sie Kant, der kategorische Imperativ ist ja so ein Leuchten, aber er wird in keiner Weise verinnerlicht. Oder nehmen Sie Jesus mit seiner Gottes- und Nächstenliebe. Wenn ich sehe, dass Cursuit of Happiness, um von Verfassern zu leben, amerikanischen Verfassern, für die meisten Menschen noch Bedeutung mehr Reichtum für mich oder mehr Fun für mich oder vielleicht auch noch möglichst große Freiheit für mich, gegen die Orden des Zusammenlebens, um den Straf zu verstoßen. Angesichts dessen strömen Sie alle einen Riesenoptimismus aus, dass es gelingen kann, so viel Bewusstseinsbildung zu bewerkstelligen, dass eine Mehrheit von Menschen da mitmacht bei diesem neuen Modell. Und ich würde sagen, da reicht Bewusstseinsbildung noch nicht mal aus. Das klingt nach Unerziehung des Menschengeschichts. Wenn es gelingen würde, wäre es mir ja recht. Meine Frage in diesem Zusammenhang ist auch, ob Sie da eine spezielle Aufgabe der Kirche ziehen können, in Zusammenarbeit mit anderen Religionen. Ich heiße Xaver Kirstow und komme aus der Schweiz. Ich hätte zwei Fragen, die sehr stark auch von meinem Freizeitkontext werden. Wir sind ja ein Land, das ja im gewissen Sinne demokratisch ist. Also jeder Bürger hat auf relativ einfache Weise die Möglichkeit, dass über Grundfragen abgestimmt werden. Wir haben längstens eine Abstimmung über den Grund, über das Grundeinbaut. Und es sieht so aus, dass obwohl sehr viel getan wird, dass das durchkommt, das nicht durchkommen wird. Und die Einkräfte, das ist das Kapital, um es verkürzt zu sagen, mit dem ewig gleichen Argument, dass diese Änderung von Arbeitsplätzen kosten wird. Das wird bei jeder Abstimmung in diesem Sinn als Argument kommen und hat sich eigentlich noch nie bewahrt. Also das ist die Frage, die dahinter steckt, die Bürger, auch die Betroffenen, die, also wenn ich es negativ sagen will, die sind nicht fähig, ihre Interessen gegenüber dem Kapital, obwohl da eines möglich wäre, durchzusetzen. An was liegt das? Liegt das daran, und das ist vielleicht eine Frage an Frau Emse, dass wir verloren haben, die Fähigkeit, wirklich Konflikte durchzustehen. Also nicht ein Stück weit in einzelnen Aussagen steht, die Liebe wird das beregen. Und ich denke von meiner Erfahrung, dass das so nicht steht. Es braucht eine Konfliktrechtheit und es braucht die Solidarität, zwei Werte, die in dieser Zeit verloren gegangen sind. Also in der Schweiz kann es ganz anders sein. Und die Frage ist, wie konfliktfähig ist man sein? Wie kann man die Leute, die gegen den eigenen Vorteil oder gegen das eigene Überleben antreten, was kann man mit diesen Leuten tun, damit sie solche Zusammenhänge, wie sie Thema waren, erkennen zu können? Das ist ganz toll. Eine Wortmeldung, die vorhin hier war, der sagte, wir wären alle geizig. Der hat mich dazu bewogen, ganz kurz etwas zu sagen. Es stimmt, dass wir alle glauben, dass Geld oder Kapital Gewinne akzeptieren müssen. Der Überzeugung sind wir. Aber das ist genau das Grundproblem, von dem wir uns auch gedanklich lösen müssen. Und es ist notwendig, weil durch die Akkumulation von Kapital das Wachstum notwendig wird. Aber es ist auch wichtig, wenn wir uns von diesem Gedanken, dass das Kapital Gewinne abläuft, muss sich lösen. Denn Kapital besteht immer oder entsteht immer durch den Einsatz der Produktionsfaktoren, Arbeit und natürliche Ressourcen. Und wenn wir nachträglich dem Kapital Gewinne zuschreiben, dann bedeutet das, dass wir die Entnahme von natürlichen Ressourcen im Nachhinein belohnen. Und das ist natürlich ein Grundsätzlicher Fehler. Und deswegen müssen wir uns lösen von dem Gedanken, dass Kapital entlohnt werden muss. Nein, nur die Arbeit muss entlohnt werden und die natürlichen Ressourcen müssen geschützt werden. Und ich habe noch eine Bitte. Und ich habe noch eine Bitte. Ich fürchte, dass wir vier Tage lang sehr intensiv und sehr gut miteinander diskutieren. Und dann gehen wir wieder auseinander und es ist alles genau wie vorher. Ich bitte deswegen darum, dass wir innerhalb dieser vier Tage beschließen, auch den Anfang zu machen, dass wir eine Bewegung gründen, solidarische Ökonomie und solidarische Gesellschaft, wie immer sie heizt. Aber wir müssen den Weg, den Schritten strukturieren, damit wir vorwärts kommen. Und jetzt diskutieren wir ewig auf dem Reichstag. Applaus Applaus Applaus